Auf der FIBO mit Kasim, The Dream, Edebali, Jakob Johnson, The Wrecking Ball, The Fullback, Die Maschine und der Kicker mit seinen zwei Bodyguards. Kasim ist zu spät, er kommt zu spät, Dominik ist zu spät, du wißt, wie es ist. Das kommt mal, ich spiele mal, ich finde, ich habe dich eingegangen. Boah, keine Ahnung. Das ist eine größere Menschenmasse, die den falschen Weg gegangen ist, anstatt hierher. Hallo, wie bist du das? Ey, ihr wisst ganz genau, ihr wisst ganz genau, das ist heute meine Weihnachten, wir sind auf der FIBO. Ganz viele von meinen Freunden, Top 10, Top 20, sind heute am Start, mein Trainer ist da, Proteinprodukte sind da. Wir wollen auch richtig viel Spaß haben und nehmen euch... Sagst du mal, Proteinprodukte sind da. Ganz gefreundet. Kasim hat jetzt eine Bodybuilding-Freunde gefunden und der fehlt jetzt schon. Der ist irgendwo in der Menschenmasse. Das ist der größte im Raum, heute vielleicht so oberes 80%. Natürlich, wir sind auf einer Fitnessmesse, das heißt, das Beste, was man auf einer Fitnessmesse machen kann, Videospiele und Tanken, let's go! So! Nein, ich habe da auf Dominika gewonnen, der Junge ist gut mit seinen Stützen. Also keine Ahnung, wie ich jetzt wieder der bin, der das Ganze ausprobiert. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Das ist mein Trainer Nathan Williams. Der Grund, warum ich so aussehe, ist sein Workout-Programm. Ich kann einfach rüberspringen. Kein Problem. Wir werden jetzt ein paar Freiwillige brauchen. Volle Konzentration und Sprung. Sehr stark, wunderbar. Danke für alles, ich bin prima. Und jetzt gehen wir zur Football-Experience. Wir haben alle Football gespielt und Football macht Spaß, ohne die zu gucken, wir haben auch Football. Also, let's get it! Let's go! Mit Anlauf und Allmannschaft. Und wie viel Gewinn schafft er? Über 1000 Metzen. Anlauf! Ah, okay! Ah, der Mann ist er! Ich kann es nicht überlassen. Okay. Er ist aber auch verlassen. Safe! Wolltest du aber nicht überraschend? Ja, Junge! Ja, Junge! Oh ja, der war safe. Der war safe. Der war safe. Der war safe. Wie? Wie? Okay. Ja, jetzt sind die Superstars da. Eberle, Jones, Eddie Bali und der Opa Sauta. Wer hätte gedacht, die Kicker springen am weitesten. Ja! Ja! Drei Meter! Was soll ich damals bis hier gespringen? Ich brauche einen Helikopter dafür. Ich werde mir jetzt wahrscheinlich den Beinbeuger reißen. Ich werde mir jetzt wahrscheinlich den Beinbeuger reißen. Ja! Sieht ja laut aus erstmal. Schaut das Wetter aus. Das ist unglaublich was. Sehr, sehr investiert. Was ist das? Schlimmer! Nee, der war aber echt hier. Das sage ich dir mal ganz ehrlich. Aber hatte er die Power? War er starb? War er starb? Nein, der sah aus den 70ern, die mit der Pike. Falls ihr es nicht mitbekommen habt. Wir sind jetzt in der Football-Experience. Und ich habe es gerade ein bisschen bekommen. Naja, wir haben viel Spaß. Wir haben gerade Benchpress gemacht. Broad Jump. Wie gesagt, sehr viel Action. Die Energie ist einfach immer da hier. Also ich hoffe, ich kann nächstes Jahr wieder zurückkommen. Aber das ist gar nicht die Abmoderation. Sondern ich chill nur gerade. Weil alle machen gerade Fotos mit Patrick und Jakob. Und ich entspann mich einfach. Bis gleich! Wir haben die Arbeit in den ersten Jahren. Wir haben die Bist. Wir haben die Bist! Wir haben die Bist. Wir haben die Bist! Wir haben die Bist! Hallo, wir sind jetzt bei meinem Lieblingsbad. Neue Freunde machen. Let's go. Was geht ab? Alles gut? Wie geht's? Hallo, ich mag Kuppen. Was hat Spaß gehabt, Bruder? Ja, Spaß. Was hat dir am meisten Spaß gemacht? Pass auf, ich habe mich gefreut, meinen Trainer zu treffen und die Challenge hat echt Spaß gemacht. Du bist ein bisschen weitergespannst. Ich bin halt Athlet auch. Ich bin zwar Kicker, aber ich bin Athlet. Pass auf, eine Sache, auf die du immer aufpassen musst, wenn du Jungs wie uns zusammen hast, die Competition ist sofort da. Na hey, komm, wir machen mal Spaß, wir springen mal. Auf einmal ist es wie NFL Game Day. Ich werde für die nächsten drei Tage schlecht gelaunt sein. Man sagt ein Versuch und dann ist man schon mal ein fünftes Mal dabei. Ich hoffe, ich habe es ein bisschen gefallen, mit einzuchecken. Dann das Allerwichtigste, Leute, comment, kommentiert, kommentiert für den Allgien. Like, Glocke an, abonniert und wir sehen uns. Irgendwelche letzten Worte? Tschö, mir du. Tschö, mir du. ARD Text im Auftrag von Funk